Und damit willkommen zu einem weiteren Final Fantasy X Boss Guide. Wir kämpfen hier heute gegen Yuna Leska und genau Yuna Leska hat drei Formen, gegen die wir kämpfen müssen. Einmal die Grundform, so wie sie jetzt ist, mit 24.000 HP, eine zweite Form mit 48.000 HP und eine dritte Form mit 60.000 HP. Ich finde, es lohnt sich nicht, also man muss nicht zwangsweise jeden Kämpfer hier am Kampf teilnehmen haben. Am Ende des Kampfes gibt es 14.000 HP und ja, diese 14.000 HP hat man halt auch mit zwei, drei normalen Kämpfen wieder drin. Deswegen müsst ihr nicht zwangsweise jeden Kämpfer an dieser Runde teilhaben lassen, wie ich finde. Es gibt ein paar Sachen zu beachten am Anfang. Der normale Angriff von Yuna Leska löscht eben die Wirkung von Hust, Protus und Shell. Deswegen helfen diese Sprüche meistens nur kurz, diese Zauber. Und genau, was ich einfach ganz gerne am Anfang mache, ist HP-Pin-Klauen. Mit der Tech-Rauben jetzt greifen wir an und klauen gleichzeitig. Das wird mit Blind bestraft, genauso wie normale Angriffe werden auch mit Blind gekontert. Riku hat bei mir jetzt Autokur, das ist ganz hilfreich. Das war eben so ein normaler Angriff jetzt von Yuna Leska. Das hätte jetzt eben Hust, Protus, Shell und so weiter ausgelöscht. Und genau, ansonsten hilfreich ist eben Schutz gegen Stumm, Blind und Confus. Und genau, wie gesagt, am Anfang klaue ich ganz gerne so zwei, drei HP-Pilen. Die verdoppeln die HP für den aktiven Kampf dann, wenn man die HP-Pilen einsetzt. Und genau, deswegen jetzt in der einfachsten Form ist Yuna Leska noch sehr, sehr harmlos. Und deswegen kann man eigentlich hier rumtüdeln, wie man möchte. Und das mache ich eben auch mit diesem Klauen, beziehungsweise Rauben mit Riku. Wenn ich jetzt mit Zauber angreife, mit Lulu zum Beispiel, das wird dann eben mit Stumm gekontert. Ich habe jetzt bei Lulu einen Stumm-Schutz drauf. Hilft natürlich manchmal. Manchmal geht der Stumm-Zauber trotzdem durch. Dann muss ich den Stumm-Zauber natürlich wieder wegmachen. Und genau, bei Rikus ist es eben so, wenn man Rauben einsetzt, wird mit Blind gekontert. Wenn man nur Klauen einsetzt, dann wird eben mit Schlaf gekontert. Ich setze natürlich Rauben ein. Das dauert jetzt ein paar Runden, bis ich zwei, drei HP-Pilen zusammen habe. Weil genau, der Diebstahl schlägt halt ein paar Mal fehl dann. So, und in der Zeit... Ah ne, jetzt war ja gerade nochmal Riku dran. Dann mache ich da nochmal Rauben. Und schauen, ob ich diesmal Glück habe. Das war dann die zweite HP-Pile. So, einsaugen. Mit Einsaugen werden übrigens auch eure Bestia bekämpft. Das heißt, allen Schaden, den eure Bestia anrichten, werden dann eben durch dieses Einsaugen wieder ein bisschen reduziert, sage ich mal, der Schaden. Weil Juna Leska sich soeben die HP wiederholt. Mit Blue greife ich auch nochmal weiter an. Und ihr seht, in dieser ersten Form ist Juna Leska eben wirklich harmlos. Wobei ich finde, dass eigentlich der komplette Bosskampf verhältnismäßig wirklich einfach ist, im Gegensatz zu anderen Bosskämpfen hier bei Final Fantasy X. So, dann hole ich mal Walker dazu. Der hat bei mir auch Blindschutz. Deswegen greife ich mit dem mal normal an. Seht ihr, in dem Fall hat es dann geklappt mit dem Blindzauber. Ist aber nicht weiter schlimm. So, mit Lulu ganz normal weiter Folger zaubern. Könnte auch Flair zaubern, aber das verbraucht meines Geschmacks zu viel MP. So, komm, einmal versuchen wir es noch. Gut, wenn es jetzt nicht klappt, dann spiele ich eben mit zwei HP-Pillen. Ist nicht weiter schlimm. Und ja, mit Walker muss ich dann jetzt auch einmal eben den Blindzauber wegmachen. So, und jetzt benutzen wir nämlich die HP-Pillen. Eine HP-Pille gebe ich an Walker. Der hat dann quasi für diesen Kampf, ich glaube um die 9000 HP. Das ist natürlich schon eine ganze Menge dann. Es ist eben wichtig, dass ihr einen Charakter habt mit wirklich mit vielen HP. Weil später im Kampf wird es dann ein bisschen tricky mit dem Heilen. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ah, jetzt habe ich sie schon in der zweiten Form. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Aber was soll's, auch nicht weiter schlimm. Genau, jetzt hat Yunaleska eben diese Attacke Höllenbeißer. Und die versetzt eure Charaktere eben in den Zombie-Zustand. Und wenn eure Charaktere in den Zombie-Zustand sind, können sie eben nicht geheilt werden durch Vigra, Potion und was auch immer. Deswegen, ähm, genau deswegen wird es eben hier ein bisschen tricky mit dem Heilen. So, dann gebe ich mit Riku mal die zweite HP-Pille an Trim, an Lulu. Weil Lulu hat bei mir sehr, sehr wenig HP, damit sie für diesen Kampf dann eben mehr hat. So, mit Walker greifen wir normal an. Gekontert wird jetzt nicht mehr mit Blind und so weiter. Das wird nur in der ersten Form gemacht. So, dann holen wir Yuna dazu. Und zaubern einmal Vigra auf Walker, damit die HP dann eben aufgefüllt sind. Genau, mit diesem Regina-Zauber ist jetzt gerade praktisch bei Walker, weil Walker nicht mehr im Zombie-Zustand ist. Aber damit will Yunaleska natürlich eigentlich eure Charaktere schwächen. Hätte sie, ähm, hat sie, ähm, Regina jetzt auf Lulu gezaubert, hätte Lulu halt immer HP verloren. Ähm, genau, mit Lulu weiter angreifen. Beziehungsweise zaubern. Mit Walker auch. Und mit Yuna holen wir mal eben Lulu aus dem Zombie-Zustand, damit wir auch Lulus HP wieder auffüllen können. Soviel zum Thema, wir holen sie aus dem Zombie-Zustand. Der Zombie-Zustand wird übrigens im späteren Verlauf des Kampfes noch sehr, sehr wichtig. Deswegen solltet ihr keinen Zombie-Schutz anlegen. Und ich kann jetzt mal eben gucken, ob ich vielleicht sogar Yuna noch mal eben vorher dran kriege. Ne, passt nicht mehr. Na gut. Ach komm, Auron. Ich hab gesagt, eigentlich ist es nicht wichtig, dass jeder am Kampf teilnimmt. Ich versuche jetzt einfach trotzdem mal, weil es sich eben anbietet. Und alles, was ich jetzt eigentlich machen will, ist doch nur Lulus HP einmal auffüllen, damit es hier im Kampf vernünftig weitergehen kann. Dazu darf sie aber nicht im Zombie-Zustand sein. So, jetzt klappt's gleich. 29.000 HP hat die zweite Form noch, das ist gut. Denn, wenn Yuna Leska sich in die dritte Form verwandelt, setzt sie direkt zu Anfang der Runde Vernichten ein. Und das tötet eben alle Charaktere, die nicht im Zombie-Zustand sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr ab Ende der zweiten Runde bis zum Ende des Kampfes mindestens ein Charakter im Zombie-Zustand habt. Und deswegen ist es eben auch nicht ratsam, unbedingt Zombieschutz anzulegen. Jo, danke. So, Auron kommt wieder raus gegen Walker. Und jetzt können wir ganz normal angreifen. Solange bis Yuna Leska dann eben sich in die dritte Form verwandelt. Das machen wir hauptsächlich mit Walker und mit Lulu, mit Folger. Ob Folger, Blitzker, Wasker oder Iceker ist in diesem Fall übrigens egal. Kimahri kann auch noch dazu kommen. So, Regina. Genau, sollte Regina auf einen im Zombie-Zustand Charakter bei euch gezaubert werden, könnt ihr den Regina-Zauber mit Anti-Z wieder aufheben, ohne dass der Zombie-Zustand geheilt wird. So, das ist gut. Dann setze ich jetzt nochmal Höllenbeißer ein. Dann sind alle im Zombie-Zustand. Das ist gut. Dann kann ich nämlich die zweite Runde auch langsam beenden. Ich weiß gar nicht, wie viel AP hat sie jetzt noch in der Form. Ich glaube, allzu viel dürfen es nicht mehr sein. Genau, jetzt verwandelt sie sich in die dritte Form und setzt eben dieses Vernichten ein, was alle Charaktere, die nicht im Zombie-Zustand, auslöschen würde. Oder vernichtet, nicht vernichten. So, in diesem Falle geht es dann eben bei allen dreien daneben, weil alle drei im Zombie-Zustand sind. Und diese Attacke setzt sie eben auch weiterhin im Kampf ein. Deswegen ist es wichtig, dass ihr permanent mindestens ein Charakter im Zombie-Zustand habt. Ich zauber jetzt eben einmal Anti-Z auf Kimari, damit der Regina-Zauber aufhört. Und ihr seht, er ist weiterhin im Zombie-Zustand. Vigra ist jetzt natürlich stark. Wir holen mal eben Juna wieder. Denn was ich euch noch zeigen, ich wollte euch noch was zeigen mit Juna. Mal schauen, klappt es jetzt? Ne. So, wieder alle im Zombie-Zustand. Aber was ich euch mit Juna zeigen wollte, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr in diesem Kampf schon den Sanctus-Zauber habt. Das zeige ich euch nämlich einmal. Der ist sehr, sehr stark gegen Juna Leska. 9999 HP. Kostet aber eben auch 85 MP. Ich glaube, 85 waren es. Und, ähm, genau. So, ich hole mal Riku dazu. Klappt nicht, der Diebstahl. Ist aber nicht weiter schlimm. Dann, ach komm, setzen wir mal ein bisschen die Ekstasen ein. Angriffstee. No. Oh mein Gott. Klassischer Vorführeffekt. Gut, jetzt zieht die Ekstase glaubt nur in Anführungsstrichen ungefähr 10.000 HP ab. So, auch mit Lulu. Das wird allerdings, das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird nicht gut. Da der rechte Analogstick von meinem Controller ein bisschen im Eimer ist. Mal gucken. Ja, nur vier. Damals habe ich sieben, acht oder so hingekriegt. Aber wieder ungefähr 10.000 HP, das passt. So, Mind Blaster, genau. Schön, dass sie das auch nochmal zeigt. Versetzt die Charaktere halt im Confust-Zustand. Und da muss man jetzt halt eben ein bisschen Glück haben, dass die sich da nicht gegenseitig auslöschen. So, wie cool, genau. Mit Autokur. Und ich glaube, ich habe jetzt auch alles Wichtige so gesagt. Ich gucke mal, wahrscheinlich stirbt Juna gleich, ist aber nicht weiter schlimm. Dann holen wir sie wieder. Aber ich wollte nochmal den Sanctus-Zauber einsetzen. Dann ist sie bei ungefähr 13.000 HP hat sie dann noch. Juna Leska. Und dann geht der Kampf auch langsam dem Ende zu. Genau, wieder der Vernichtet. Die Vernichtet-Aktion. Wieder alle drei im Zombie-Zustand. Und das heißt, bei allen dreien wieder daneben. So, und ich glaube, das war es auch, oder? Genau, das war eben der Kampf gegen Juna Leska. Nochmal zusammengefasst, drei Formen Juna Leska. 24.000, 48.000 und 60.000 HP. Am Ende des Kampfes gibt es 14.000 HP für euch. Ich klaue am Anfang ganz gerne zwei, drei HP-Pillen, um die HP von zwei oder drei Charakteren zu verdoppeln für diesen Kampf. Heile dann eigentlich alle Charaktere auf voll, bevor ich Juna Leskas erste Form beseitige. Weil dann kommt eben die zweite Form. In der Form setzt sie dann eben Hölnbeißer ein. So, ich habe die Szene mal eben rausgeschnitten, damit ich euch jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung geben kann. Also, in der ersten Form Juna Leska 24.000 HP. Wirkung von Hass, Protis und Shell wird durch ihren normalen Angriff aufgehoben. Schutz gegen Sturm, Blind und Confus insgesamt im Kampf sind wichtig und hilfreich. Ich klaue zu Anfang immer zwei, drei HP-Pillen, um dann eben die HP von zwei oder drei Charakteren zu verdoppeln für den Kampf. Heile die Charaktere dann einmal vollständig, bevor ich Juna Leskas erste Form vernichte, weil dann kommt sie eben in die zweite Form. In der zweiten Form setzt sie Hölnbeißer ein. Das versetzt eben alle Charaktere in den Zombie-Zustand und dann wird es eben mit Heilen ein bisschen schwierig. Da muss man immer erst Weihwasser einsetzen und kann erst dann die Charaktere heilen. Genau, sollte ein Charakter von euch im Zombie-Zustand sein und Juna Leska zaubert Regener auf diesen Charakter, könnt ihr diesen Charakter dann mit Anti-Z wieder von dem Regener-Zauber befreien. Im Zombie-Zustand bleibt er weiterhin. Es ist wichtig, dass ihr in der zweiten Runde mindestens ein Charakter oder ab der zweiten Runde mindestens ein Charakter im Zombie-Zustand belasst. Besser sind zwei oder drei, denn wenn ihr die zweite Form von Juna Leska besiegt und sie sich in die dritte Form verwandelt, wird am Anfang die Aktion vernichtet eingesetzt und das tötet eben alle Charaktere, die nicht im Zombie-Zustand sind. Deswegen, diese Aktion wird auch weiterhin im Kampf eingesetzt. Deswegen auf jeden Fall darauf achten, dass immer mindestens ein Charakter im Zombie-Zustand ist. Und genau hilfreich ist außerdem auch, wenn ihr das schon habt, Juna's Sanctus-Zauber. Ist allerdings auf dem Sphärobrett etwas weiter fortgeschritten. Das heißt, ihr müsst vielleicht noch ein bisschen trainieren vor diesem Kampf, habe ich auch noch gemacht. Genau, und in ihrer dritten Form mit 60.000 HP setzt sie dann eben die Aktion Mindblaster ein, versetzt alle Charaktere in Confust-Zustand. Deswegen ist es eigentlich hilfreich, wenn ihr auch Confust-Schutz habt. Ansonsten gilt es halt ein bisschen zu hoffen, dass nicht alle drei Charaktere sich gegenseitig irgendwie auslöschen. Das wäre natürlich blöd dann. Und ansonsten, genau, dritte Form, 60.000 HP, mindestens ein Charakter im Zombie-Zustand lassen. Ihr könnt auch die Bestia zur Hilfe nehmen, die dann eben mit Einsaugen bekämpft werden, wodurch jeder Schaden der Bestia immer ein bisschen reduziert wird, weil Juna Leska sich mit Einsaugen ein bisschen heilt. Trotzdem natürlich, Ekstasen sind auch hilfreich. Und ansonsten habt ihr gesehen, verhältnismäßig finde ich den Kampf wirklich leicht. Also da waren die Kämpfe wie gegen den Wächterheidentum oder der Wächterheiligtum durchaus schwieriger oder der Afri-Kampf auf dem Flugschiff damals. Soviel meine Tipps zum Kampf gegen Juna Leska. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn es so ist, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit am Start, wenn wir zusammen Final Fantasy X spielen. Bis dahin, euer Emrex. Ciao.